Weißt du, die Typen können sich keine Sicherheitskameras leisten, aber so, also so, aber Leute anstellen, die auf Dächern stehen mit Taschenlampe und, ja. Läuft bei denen. Ausschalten. Oh, ich will ausschalten. Oh, nice. Dann schalt mal aus. Kannst du auch lautlos ausschalten? Ah, hinwerfen. Nein, Problem. Komm, spiel mal Hitman einfach. Ja. Ah, der Hitman im Koop-Modus, das wär lustig. Hm. Over there. Through the Warden's Office. Wir können den Plattenspieler klauen. Ah. Ah, warte, das ist doch das frisch geteerte Dach hier, wo wir sind. Ja. Ist fertig, auf einmal. Aber, ja, ist ja schön, ja. Ich meine, wir können jetzt, äh, hier hoch. Komm, over here. Ich, ich, follow, ähm, Kumpel. Oh, oh. Komm, auf einmal. Komm, auf einmal. Ja. Linsen. Hey. Na? Sorry. Hey, hurry up. Sorry, sorry. Da, da, da. Ich hoffe, niemand hört das. Du hättest den Donner abwarten müssen, Mann. Was, oi. Ja, da ist der Plattenspieler. Ja, nimm ihn. Ähm, das ist kein Plattenspieler-Geräusch. Nee. Das war eher so... Geräusch von... Weltkugel. Oi. Weltkugel. Okay, du drehst jetzt, äh, und, und wartest bis zu einem Punkt. Und da gehen wir hin. Und fangen ein neues Leben an. Ah, mitten im Ozean. Äh, 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 amerika, land of the free, where the hamburgers are great. Ah, Hamburger. Ah. Pacific Ocean. Draußen ist jemand, glaube ich. Ich will erst immer im Wasser. Nee, ich will... Ich will einfach den Plattenspieler mitnehmen. Was für... Äh? Oh, nein. Die fahren Aufzug, die Wachen. Die sind zu strong. Bist du denn? Hä? Ich bin hier am rumschleichen. Na, kann man auch was machen? Hui. Man kann hier auch aus dem Fenster steigen. Hier ist ein Wellensittich. Na, wenn Polly... Okay. Wir haben Polly befreit. Ciao, Polly. Geht? Freiheit, es geht man. Wie scheiße. Okay, lass go. Man kann einen Spieler mitnehmen. In dem Spiel haben sie sogar echt wenig Spieler, vergleichsweise die Achievements. Aber warte, hier kann man noch was machen. Ich kann die Polizei rufen. Ich rufe jetzt einfach deine Frau an. Oh. Okay, vielleicht habe ich auch einfach nur die Verbindung von einem Telefon gehabt. Weil ich ein böser Junge bin. De, de, de. Okay. Sind hier Wachen? Äh... Ja, der Aufzug ist und wir müssen die Treppe nehmen. Guck mal, ich kann mich hier an dem Geländer verstecken. Das auch fucking nochmal große Lücken hat. Wo ist denn jemand? Also, wir könnten weiter runter, wir können aber auch hier durch. Ist da jemand? Aber was ist denn bei der runter? Das auf jeden Fall, ist das die Krankenstation? Aber bei der runter ist gar nichts. Angenehm. Ja, ja, das kann ich schon sagen. Wir sind da überall vorbeigekommen, wo wir schon mal waren, ne? Das darf. Äh... Ähm, müssen wir die ausschalten? Wahrscheinlich gemeinsam was ausschalten. Oh, wie cool. Cars, call me Carson. Okay, sind wir rechten. Welche Taste? Ah, ne, okay. Oh, er hat mich gemerkt, er hat mich fast gemerkt. Ah, die Zigaretten! Wir fliegen hier noch ein bisschen rum. Ah! Warte, ich rauch mal ein. Hier, gib mir hier Zigarette. Ja, so. Im richtigen Winkel. Die Scheiße. Oh Gott. Ah. Ja, okay. Watch out for the light. Ja, du, du bist, äh, ganz, ganz, ähm, du kriegst Lampenfieber im Spotlight. Okay, du gehst rechts, ich links. Ah. Es dreht sich. Oh, je. Oh, je. Schlimmlich. Junge, leuchtet doch die, die schöne Natur an, Alter. Was ist mit dir? Oh. Na, ich geh... Schubst mich nicht weg. Oh, nein. Alles gut. Alles gut. Ru, ich weiß nie, wie ich effektiv von der, von der fucking Wand manchmal wegkomme. Ich kleb da. Oh, 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 oh. Hoi. Oh, ist aber hell bei dir. Ich geh unten lang. Hm, hm. es geht so von unten nach oben im kreis das kreis jetzt geht er hoch hey der typ hat aber auch den job seines lebens ich sag's dir der steht täglich da und dreht ganz langsam das ding von links nach rechts und so weiter und es ist ein typ der ist sterben ne geh einfach vorbei ja ok ich würde ihn schlaf ruhig schlaf ruhig ich will auch leuchten dann schöpft keiner vielleicht finden wir etwas in dem turm ne ich nehme einfach meine hände und reibt die komplett ab vielleicht finden wir auch abtreibung bügel na ich glaube mit den autos da ist weiß ich nicht es ist ja ganz komisch dass die kleider bügel hängen ich bin genau hinter dir viel spaß ich würde auch machen ja so war's ja selbe de oh die snippen wie gut also ich bin doch schon die können ja wirklich nicht zielen ist das sehr interessant was machst du kann ich irgendwie so eine coole fass wolle wir sind draußen we did it problem die haben wahrscheinlich autos wenig wir haben helikopter richtig was da back in the prison when we climb that shaft you know the back-to-back thing yeah what about it did you really do that when you were kid no what I saw in a comic book once when I was a kid tell me you're joking no I'm just glad it worked oh my god I can't fucking believe you talk me into it gut ich meine jetzt nicht funktioniert wenn wir innerhalb des ersten meters abgestürzt das wäre ja nicht so schlimm gewesen was so careful alter wins entfinden Wo ist denn du? Ja, das ist ein Verstecksspiel. Ich meine, können wir nicht einfach da jetzt raus? Ah, ich brauche deine Hilfe. Hier findet er mich nicht. Oh scheiße, Leute. Hey, was war das denn für eine Stelle? Das ist keine Ahnung. Komm schon. Boah, jetzt hast du mal Raucherpause hier. Es gibt alle Leute überall. Bleib deinen Kopf. Ja, ja. Ah. Klasse, die stehen auch wieder nur da und leuchten nach rechts und links. Oh. Das ist nicht gut. Ah. Ja, die sehen uns nicht. Wir sind Büsche. Okay. 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 Können wir hier ausschalten? Geben wir unten lang? Ich glaube nicht. Geben wir unten lang oder gehen wir rechts lang? Ich geh mal rechts lang. Weil hier ist nur ein Typ. Und er ist stupid. Das fuck. Tipp, 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 tipp. Um. Schalten. Die bestimmten Archiven alle auszuschalten oder so. Ja, man schau mal alle aus. Ich bin erschienen, das gibt es nicht. Gehe ich nicht um, gehe ich nicht um, gehe ich nicht um. Ah, da ist einer mit einer Taschenlampe. Ah, ich glaube genau der, ja genau der leuchtet in meine Richtung gerade. Ich sehe ihn. Okay, den sollte ich aber, den sollte ich aber, whoop, tipp, 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 tipp. Bumm. Ich hab den hier. Okay. Eigentlich ist es dafür gedacht, durchzusneaken, glaube ich. Nein, nein, lass die, lass die wegrippen. Hallo. Tipp, 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 tipp. Das habe ich so gut gesehen. Ja, easy. Alle weggekippt. Ja, das machen wir da wohl. Hm, ich weiß jetzt nicht Hugo. Ich nehme den rechten, du den linken. Ja. Oder anderswo. Tipp, 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 tipp. Boah, die Kron. Du hast eine Verschwendung an Taschenlampe, ne? Okay. Okay. Ich vermisse den Heli. Oh. Oh. Hier sind. Naja. Ja. Ja. Ähm. Hm. Ah. Ich meine, wir könnten da auch suizidmäßig reingehen. Ich meine, die sind dumm. Nee. Nee. Hi. Hi. Ich bin ein Busch. Ich muss ja wegnehmen. So. Ich bin ein Busch. Ich... Ach. Ich... Ich... wir haben überall machen stationiert außer hier also hatte eine eine und die waren gucken nicht mal die büsche die dachten nicht so ausbrechen sind wahrscheinlich allergisch gegen die busch sorte da gucken wir dann nicht rein der einzige weg aber wir können auch runterklettern durch den fluss und irgendwo da hinten in der pampa rauskommen extrem cool was glaubst du wie weit wir schon beim spiel sind ich hab das spiel echt vor langer zeit angeschaut ich weiß nicht du solltest auf der anderen seite mal gucken tschüss die hatte 32 ja tipp 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 turning back now of course not okay come Ich habe das Gefühl, wir werden sowieso runterfallen. Ich nehme das Auto, über die Brücke. Was, bist du verrückt? Ich liebe Heidens, okay?